ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut und ich geniesse jetzt schon langsam die Vor-Wiennachtszeit. Vor-Wiennachtszeit ist die Zeit mit vielen Events und Partys und Einladungen und Aperos und was weiss ich. Aber eben auch die Zeit der grossen Shows. Und so eine startet an diesem Mittwoch in der Zürcher Maghalle. Schaut es euch mal an. ARD Text im Auftrag von Funk Gesehen glaube ich nicht so schlecht aus würde ich mal behaupten. Ich werde jedenfalls dabei sein am Mittwochabend an der Premiere. Und ich werde euch das Ganze mal anschauen. Ich werde im Anschluss auch noch ein paar Stimmen einfangen von Leuten wie sie es gefunden haben. Und ich präsentiere euch das Ganze. Meine Meinung und die Meinung der Leute die dabei sind an der Premiere. Am nächsten Tag am Donnerstag. Also check it out. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.